Beamte sollen in die Rentenkasse einzahlen, wenn es nach unserem Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil geht. Na höre ich da was richtig? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich doch bitte mal den Videomitschnitt an, dessen was Hubertus Heil im RTL-NTV am 6. März 2024 zum Thema Rentenpaket 2 gesagt hat, Aktienrente und so weiter. Wenn man dort ganz genau hinhört, hat er folgendes sinngemäß gesagt. Unser Bundesminister für Arbeit und Soziales fordert, dass auch Beamte und Politiker ähnlich wie in Österreich in die Rentenkasse einzahlen. Da sage ich, meine Damen und Herren, das wird ja auch langsam mal Zeit. Die Uhr für die Rentenkasse ist schon lange abgelaufen. Wir fahren doch aktuell mit Volldampf, aber richtig mit Volldampf. Ohne Bremswirkung in die Rentenkatastrophe, in die Demografiekatastrophe. Für die Zukunft brauchen wir, das ist unstrittig, eine erwerbstätigen Versicherung, damit wir das Schlimmste noch verhindern können. Was meine ich mit Demografiekatastrophe? Wir werden zukünftig oder wir haben sogar jetzt schon zukünftig immer weniger Beitragszahler und dafür immer mehr Rentner. Ja, es ist ja wunderbar, dass wir in Deutschland immer mehr Rentner haben, aber wir haben immer weniger Beitragszahler. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren noch deutlich verschlechtern, die ganze Situation. Das heißt also, Deutschland braucht eine erwerbstätigen Versicherung, in der alle Arbeitnehmer, Beamte, Selbstständige, selbstverständlich auch Politiker einzahlen. Und im Übrigen ist das keine neue Idee. Das ist auch keine sozialistische oder kommunistische Idee, die ich hier verbreite, sondern das fordere ich ja schon seit Längerem. Schauen Sie sich bitte dazu meine Videos an und auch die entsprechenden Textbeiträge auf Rentenbescheid24.de. Und was konkret hat jetzt der Hubertus da gesagt? Der sagte, wir müssten in Deutschland auch darüber diskutieren, wie wir langfristig weitere Gruppen in den Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung einbeziehen. Hubertus Heil sprach sich noch einmal klar und deutlich gegen die Anhebung der Regelaltersgrenze von aktuell dem 67. Lebensjahr. Die beginnt ja dann im Jahr 2031 zu wirken auf das 70. Jahr aus, also auf das 70. Lebensjahr aus. Also meine Damen und Herren, das ist auch, was ich da auch immer höre von einigen dieser sogenannten Rentenexperten und Superwirtschaftsökonomen. Auch von Wirtschaftsweisen ist völliger Blödsinn das Renteneintrittsalter auf 70 hochzufahren. Damit retten sie die gesetzliche Rente nicht. Wir brauchen eine Jahrhundert, nein, ich rede eine Jahrtausendreform der gesetzlichen Rente. Und da müssen alle mit einzahlen. Das hilft nun mal leider nichts. FDP, auch ihr müsst endlich mal von euren aberwitzigen Angstgedanken lösen, dass hier der Kommunismus einen Einzug hält. Wir können die gesetzliche Rente nicht auf eine kapitalgestützte Rente umwandeln. Denn sie wissen ganz genau, wir können diesen Paladinen des Großkapitals bei Banken und Versicherungen keineswegs vertrauen, unser Geld anzuvertrauen und schon gar nicht Beiträge, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Rentenkasse eingezahlt haben. Meine Damen und Herren, neu an der Forderung ist, Beamte da einzahlen zu lassen, dass auch Hubertus Heil sich jetzt für die Einbeziehung der Beamten in die Rentenkasse interessiert. Also er das sozusagen letzten Endes auch sagt, ja, aber grundsätzlich neu ist die Idee natürlich nicht. Ich hatte es Ihnen ja gesagt, nicht nur ich fordere, dass Linke, Grüne, BSW, Sarah Wagenknecht, Sozialverbände schon seit Jahren. Eigentlich im Grunde genommen, die Demografieforschung hat schon in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends gesagt, Leute, wir müssen hier was tun. Hubertus Heil schränkt natürlich dann auch ein und sagt, nein, wir können natürlich das Rentensystem Österreichs nicht eins zu eins kopieren. Da gibt es auch irgendwelche Sachen drin, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Aber es gibt auch Elemente, die man sich anschauen darf oder sollte. Österreichs Rente steht ja auf breiteren Beinen, so sagt es der Bundesarbeitsminister. Letzten Endes, meine Damen und Herren, ist die Forderung völlig richtig, ist die Idee auch völlig richtig. Alle müssen in Deutschland in eine Rentenkasse einzahlen und zwar alle Erwerbstätigen. Keine Bürgerversicherung, sondern eine Erwerbstätigenversicherung. Wer in Deutschland eine Erwerbstätigkeit ausübt, Arbeitnehmer, Beamte, Selbstständige, Politiker, Minijobber, Studenten, die arbeiten. Ich weiß gar nicht, wer auch immer noch. Vielleicht sogar die Mondflieger, die auf den Mond fliegen. Das ist mir völlig egal. Aber alle müssen in die Rentenkasse einzahlen. Vielleicht kommen wir ja auch noch auf die chlorreiche Idee, die würde ich richtig gut finden, wenn Computer und Roboter auch in die Rentenkasse einzahlen. Denn die üben ja letzten Endes auch eine Erwerbstätigkeit aus. Aber soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Es ist nicht Orwells Gedanke, sondern es ist meine Idee, da was zu machen. Also meine Damen und Herren, taktieren und lavieren hilft hier nichts mehr. Wir müssen den Totalabsturz der Rente verhindern. Und deswegen fordere ich nochmal Erwerbstätigenversicherung für alle in Deutschland. Hubertus Heil, endlich mal eine gute Idee von Ihnen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.